Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute mit der Nummer 567. Heute ist der 21. Februar 2019 und ein Donnerstag. Und ich habe heute die folgenden Themen für euch mit dabei. Samsung faltet. Xiaomi Mi 9. Das vergessene Mikrofon. Apple Pay, Daimler und MWC 19. Und nee, ich hatte keinen Tonausfall oder Doppelung oder was auch immer. Das war bewusst zugewählt mit dem zweifachen Apple Pay. Gestern habe ich ja davon gesprochen, als ich das erste Mal den Achimer, ähm, nicht ersetzen durfte, mein Gott, diese Wörter immer. Als ich das erste Mal für den Achim einspringen durfte, dass Xiaomi heute ein neues Smartphone vorstellen wird, von dem schon doch einiges bekannt war. Das Mi 9 auch bekannt war, unter anderem, dass eben das die beste Kamera in einem Xiaomi-Telefon war, das es bis jetzt gegeben hat. Wäre auch traurig, wenn nicht. Und jetzt sind natürlich auch die ganzen anderen Geschichten bekannt. Das Smartphone ist vollgebuttert mit Technik. 6, 8 oder sogar, ähm, 6 oder 8 Gigabyte RAM sind damit drin verbaut. Es beginnt mit 128 Gigabyte Speicher und geht nach oben weiter. Es hat viel Akku drin. Es hat eine Triple-Kamera, die insgesamt 48 Megapixel-Sensoren verbaut. Also ein 48 Megapixel-Sensor, ein 16 Megapixel und ein Teleobjektiv mit 12 Megapixel. Also richtig grosse Nummern, wie man es ja unter anderem auch von Huawei vom letzten Jahr kennt. Das Ganze kann natürlich anständige Fotos machen und das soll es eben anscheinend auch. Auch weitere Details zu dem ganzen Smartphone könnt ihr euch nachlesen. Auf daily.geektalk.ch ist ein Link mit drin, wo wir euch, äh, oder wo das Ganze ein bisschen schön zusammengefasst ist. Ganz spannend ist natürlich, das Ganze klingt ja wirklich jetzt nach, ja, der eine oder andere könnte denken, einem teureren Smartphone. Aber so ist es nicht. Es ist unter 500 Euronen zu haben. Zumindest die kleinere Version. Wenn es dann ein bisschen grösser in der Ausstattung wird, geht es dann knapp über 500. Aber das ist natürlich schon eine Ansage in Richtung, ja, Apple sowieso. Samsung mittlerweile auch, komme ich ja gleich noch dazu. Und auch natürlich anderen Herstellern. Wahrscheinlich werden wir am nächsten Wochenende an dem Mobile World Congress von Huawei was Ähnliches sehen in einem ähnlichen Preissegment. Und da kommen wir jetzt eben zu der zweiten Vorstellung vom heutigen Tag. Und das war Samsung. Zum einen haben sie das zehnjährige Modell vorgestellt. Wie Apple vor zwei Jahren hatte Samsung jetzt sich auch nicht nehmen lassen, mit dem zehnjährigen neuen Wegweisen das Modell vorzustellen. Und das haben sie getan. Das Galaxy Fold ist das Faltbare von Samsung. Es ist ein kleines Smartphone. Wenn man es aufklappt, ist es ein angenehmes Tablet mit 7,3 Zoll. Das Telefon hat 4,6 Zoll, wenn es mir richtig im Kopf ist. Und kann bis zu drei Apps gleichzeitig laufen lassen, eben im grossen Tablet-Musus quasi. Da aber kommt dann der Preis. Das Ganze wurde extra als Luxus-Device angekündigt. Und somit dann auch der Preis. Damals als Apple die Tausender-Grenze geknackt hat, haben alle ziemlich heftig gelacht. Jetzt könnte Samsung ähnlich gehen. Und es ging ja auch schon ein bisschen durchs Web. Denn Samsung möchte für das Teil fast 2000 Währungseinheiten. 1980 oder 1920 Währungseinheiten werden dafür fällig. Ja, ich freue mich auf das Teil und würde es am liebsten gleich heute schon ausprobieren und ausgiebig testen. Leider war es in, zumindest London, nicht vor Ort. Man konnte es, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nicht ausprobieren am Presse-Event. Mal schauen, wenn es dann kommen wird. Hoffentlich vielleicht an MWC, dass sie da ein bisschen mehr zeigen werden. Auch vorgestellt hat Samsung aber noch mehr. Es gibt ja natürlich auch noch ein Gerät, was sich ein bisschen fleissiger verkaufen sollte. Das Brot- und Buttergerät, das Galaxy S10. In drei verschiedenen, nee nicht ganz, vier verschiedenen Versionen. Neu in der E-Version mit ein bisschen abgespeckt. Und dann das normale und dann das Plus-Modell. Und ab dem Sommer diesen Jahres kommt dann auch noch ein 5G-Modell auf den Markt. Und toll für uns zum Beispiel in der Schweiz ist, dass von Anfang an Swisscom und Sunrise mit dabei sind. Heisst, wir können da schon, wenn Antenne vorhanden, vom 5G-Speed profitieren und der Möglichkeit, die 5G generell bietet. Hier beim Preis, beim E-Modell geht es ab 7,79 Schweizer Franken los und geht hoch bis beim Plus-Modell in der kleinsten Ausführung 1029. Wenn man es dann, ich will nicht sagen übertreibt, aber wenn man es dann in die vollen geht und 12 GB RAM reinputtert und 1 TB Speicherplatz, dann kommt man ähnlich wie beim iPhone auch auf 1629 Schweizer Franken zum Start. Das ganze Telefon müsst ihr euch anschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Mir gefällt es extrem gut, auch die neue GUI, also die Optik vom Betriebssystem. Da hat Samsung nochmals richtig einen draufgelegt. Ich habe ja schon in einem oder anderen News-Folge von Geek Talk darüber gesprochen, dass die letzten Versionen mir deutlich besser gefallen als Samsung von früher. Dann kommen wir aber noch zu etwas Kleinerem. Was sie auch vorgestellt haben, sind Wearables, Fitnesstracker und Sportuhren und so Earbuds, also so Dinge, die man so stöpseln kann, um Musik zu hören. Und das Coole, nicht nur Smartphones könnt ihr mit dem neuen Galaxy-Smartphone aufladen, also andere Wireless-Charging-Geräte. Ihr könnt auch eure Earbuds und eure Uhren von Samsung da drauflegen und diese aufladen. Das finde ich ganz cool. Aber gehen wir weg von Samsung und gehen weiter zu einer... Ja, stellt euch mal vor, ihr seid eine Mutter, die... und wisst alles, alles von dieser Welt. Nur, so Kleinigkeiten vergesst ihr manchmal. So gegangen bei Google, die Mutter von Nest. Gut, ganz genau genommen ist ja ABC die Mutter von Google, aber ihr wisst, was ich meine. Google Nest hat eine Alarmanlage, die sie vor noch schon ein Weilchen rausgehauen haben und die auch schon der ein oder andere Kunde gekauft hat. Nun hat man dann vor circa drei Wochen ja verlauten lassen, dass man da auch den Google Assistant drauf tun möchte. Doch wie funktioniert das? Da ist ja kein Mikrofon drin, denkt der gemeine Käufer. Aber fehlgedacht. Google hat vergessen, oder besser gesagt, Nest hat vergessen, zu deklarieren, dass da ein Mikrofon drin ist. Ja, ja, don't be evil. Apple Pay gibt es mit 40 neuen Banken. Vor kurzem, zwei Tage ist glaube ich her, ging Saudi-Arabien und die Tschechische Republik an den Start und jetzt sind 40 neue Banken weltweit dazugekommen. Gut, weltweit ist ein bisschen übertrieben. USA, Frankreich, Tschechische Republik, logischerweise und Saudi-Arabien. Da sind neue Banken dazugekommen. Liebes Apple, ich hätte hier gern in der Schweiz auch die eine oder andere Bank, die nicht diesem Twin-Konsortium angehört, die da auch mit aufsteigt. Wäre langsam an der Zeit. Weiter geht es mit Apple Pay und Apple Maps. Wer schauen möchte oder sehen möchte, wo er in der Umgebung von sich oder wo auch immer er hingeht, mit Apple Pay bezahlen kann, kann das eben über die Apple Maps App. Zum einen beim Auswählen von, wo man hingehen möchte, kann man das wählen, aber auch wenn man einzelne Lokalitäten hat und da die Informationen, also die Details einblendet, wie Öffnungszeiten, Adressen, Telefonnummer, Webseiten und so weiter, da steht unten dran ein Apple Pay Logo, sofern da die Möglichkeit gegeben ist, damit zu bezahlen. Sehr praktisch, wie ich finde. Daimler hat sich entschieden, in Zukunft auf Microsoft Azure zu setzen, um ihre Big Data Geschichten zu machen. Und da haben sie einen kompetenten Partner gefunden, wie sie meinen. Und da bin ich ziemlich sicher, dass sie das auch wirklich getan haben. Sie haben das Ganze in den höchsten Tönen gelobt. Ich denke mal, die haben auch einen guten Deal bekommen für das Ganze. Und ich bin mal gespannt, was da alles so rauströpfelt. In Zukunft wird ja da Mercedes einiges rausholen müssen, dürfen können, für das autonome Fahren und so weiter, was da halt noch alles so anläuft. Zu guter Letzt, ich habe es gestern, glaube ich, schon kurz angeschnitten. Wir werden es euch verkünden. Jetzt ist es soweit auf dem Pogipsi.ch Blog. Link natürlich wie immer in den Shownotes oder in Podcatcher eurer Wahl. Da auf dem Pogipsi Blog ist unser Beitrag online zum Mobile World Congress 2019. Da werden ich und der Achim mit GeekDoc TV, GeekDoc News und dem Pogipsi Network vor Ort sein. und das eine oder andere bisschen Content für euch generieren. Sofern wir natürlich die Stimme wieder komplett zurückhaben bis dann. In diesem Sinne, besten Dank euch fürs Reinhören. Euch einen schönen und erfolgreichen Donnerstag und hoffentlich morgen wieder mit dem Achim. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.